Wie immer ziehe ich den Winner hervor. Lose, lose, lose. Haben wir jetzt nicht. Testschuss und so weiter gewonnen hat. Annika Lübers aus Haaren. Ja, das war Glück. Herzlichen Glückwunsch. Verlosen wir jetzt direkt und gleich sofort aus dem Fenster raus. Scheiße. Aus. Moin, wir sind's wieder von unserer täglichen Weihnachtsverlosung. Was? Ich bin in den Pilzkaner mit und das war, sei doch froh, ey. Weiter. Schon wieder was für die Outtakes. Geh weiter. Was ist denn Welt, Mann? Noch nicht. Komm durch. Sich Regen bringt Segen. Aus diesem Grund verleihen wir heute im Rahmen unserer Adventsverlosung eine Fahrradtasche. Das heißt, mit der kann man so ein bisschen... Nee, die verleihen wir nicht. Verleihen? Wir verlosen die. Scheiße. Der erste Advents ist vorbei. Wir haben heute schon den zweiten Advents, den man hier sehr schön am Weihnachtsbaum sehen kann. Nee, ist Quatsch. Das ist kein... Weihnachtsbaum ist kein Adventswürsor. Komm mal. Hallo zusammen. Unsere Weihnachtsaktion geht langsam in die Zielgerade. Das heißt, wir haben von... Lass laufen, lass laufen. Lass machen wir jetzt mal. Der Nikolaus wird jetzt hier live den Gewinner ziehen. Der darf natürlich hier hingucken. Mit Kaffee, du kannst ja auch bescheiden, wenn du nicht reichen, ne? Also kein Kaffee ist er hier, ne? Nein, kein Kaffee-Glier. Aus, aus. Der Hülfemann wird dann den Gewinner auch vorlesen. Aber dafür soll er da. Zu klein gespielt. Die Drille in diesem Fall ist... ... ... ... Vielen Dank.